Was ist denn heute dran? Natürliche Medizin in der Gefangenschaft. Großartig! Langweilig. Ich mach erst mal ein Nickerchen. Mr. Falk, Sie haben uns ein paar sehr interessante Dinge mitgebracht. So ist es, Miss Betty. Das hier sind Verdauungskräuter. Das sind Lachkräuter. Das sind Duftkräuter. Das hier Schlafkräuter. Und zu guter Letzt noch die... Moment, Moment. Das ist ein Narkoleptikum, ja? Das ist was für kleine Hexen. Was denn ein Schlafkraut? Na, da werde ich doch gleich hellwach. Ach, das erinnert mich an das Märchen von Dornröschen. Ich hab einen Plan. Das ist ja nichts Neues, Joe. Wir benutzen dieses Einschlafkraut der Indianer, um unsere Wachen einschlafen zu lassen. Wir müssen uns nur davonschleichen, während die Wachen narkotisiert sind. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Wir lassen alle hier einschlafen und machen ne Fliege. Zuerst mal brauchen wir Gasmasken für uns. Das ist genial. Aber ich weiß nicht, wozu das gut ist. Auf die Platze! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fühl mich heute irgendwie befeuert. Nein, du nicht! Hey Kippel, los, komm! Spiele ein bisschen mit mir! Wow! Das war ein Strike! A-ha! A-ha! Endlich ein paar Spline, Kumpels. Hey, Jungs, hey, oh, hey, los, 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 ich bin. Nicht schlecht, oder? Wartet, ich kann das noch viel besser. Der Schlüssel, wer hat den Schlüssel? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aufgepasst! Hey, passt mal auf. Lustig, was? Seht euch Rantanplan an. Ich glaube, er versucht uns was zu sagen. Weißt du, wo der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist, der Schlüssel. Der Schlüssel ist, hör auf, rumzuhelfen. Ah, rein, Kumpels. Averill, das nächste Mal behältst du deine Gedanken für dich. Los, suchen wir den Schlüssel. Hier ist er nicht, hier auch nicht. Wo haben sie ihn versteckt? Hast du ihn gefunden, Joe? Nö. Hey, das sieht lecker aus. Oh, Pü. Ah! Hm? Averill, nein! So eine Matschbörde. Tja, wir müssen ihn durchsuchen. Wer macht's freiwillig? Vielleicht sollten wir im Büro vom Direktor suchen. Hä? Wo ist dieser dämliche Schlüssel? Ich darf nicht sagen, dass der Schlüssel in der Truhe im Aquarium ist. Ich darf's nicht sagen. Hey, Kumpels, wollt ihr mit mir spielen? Riecht ihr den süßen Duft der Freiheit? Hey, was denn war? Pötchen, darf ich dir Pötchen geben? Oder dir? Oh, äh, wie sind denn die Fußballergebnisse? Oh nein, die Boston-Kojoten haben gegen die Minnesota-Schakale gewonnen. Schon wieder. Also, ihr seht nicht gesund aus. Ich glaube, fabelhafter Falker hat seine Naturprodukte den Milchgesichtern verschachert. Bringen wir sie wieder zurück. Hey, Kumpels, komm zurück. Mann, ich hab heute vielleicht Feuer unterm Hintern. Mann, Mann, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020